Und willkommen zurück! Gehen wir natürlich direkt weiter, müssen wir die Karte wieder verschieben. Ja, ich habe das jetzt durchgezogen hier, was natürlich da jetzt alles reinkommt. Jetzt muss ich nochmal eben was loswerden aus dem Inventar, am besten die Hoe, aber wie ich mich kenne, falle ich gleich aufs Feld. Und wir haben einerseits die Honeycombs, natürlich. Dann haben wir von den Farmseeds die Dinger. Dann haben wir die Oil. Gehen wir natürlich auch. Und hier ist Weizen, Bienenwachs, dass wir alles rausfiltern müssen. Das heißt, es wird sich nachher herauskommen, dass halt alles in die Kisten reinkommt und auf die jeweiligen Stationen verteilt werden. Entweder Ends im E-System oder halt in den Tower rein, wo halt den Rest wegproduziert wird. Dazu bräuchten wir noch Itempipes. Weil ich sehe, dass ich nicht genug mit habe, dann kann ich das Old, den Oldcomb kann ich wegpacken. Heißt der Haupt Old? Ja. Oldcomb. Der kommt definitiv weg. Brauchen wir ja später. Für andere Bienen. Da haben wir schon welche drinnen. Die kommen da zusätzlich mit rein. Ja. Filter haben wir. Ja. Wir müssen jetzt gucken, was wir aus was machen. Eventuell brauche ich, glaube ich, noch ein paar Tanks mehr. Ich glaube, wenn das eines Seed ist, dann wird das Seeddinger Seed. Das wäre bestimmt Seed old sein, wenn ich jetzt Tank hole. 1, 2, 3, 4. Oh, das sind 5. Ich nehme mir noch 4 von denen mit. Denn es werden viel möglicherweise sein, dass wir viele Tanks anbauen, um halt alles da zu haben und alles zu verarbeiten. Ich will doch schon alles verarbeiten. Ich will alles in den Müll schmeißen. In dem Sinne. Das meiste dann wirklich, dann so zu verarbeiten. Ich mache nochmal die Tanks weg. Die brauche ich hier nicht. Ach, ich muss, dieser Stuhl. Der richtet mich auf. Also ich brauche einen Squeezer. Haben wir einen? Der, das verarbeitete. Haben wir ja schon hier, genau. Der bekommt, ähm, machen wir das mal so. Er bekommt auf jeden Fall das erstes Insert, und zwar die Dinger. Ähm, fangen wir mit Oil an. Der dann über den Öltank. 1, 2, 3, 4. Oh, Moment, ich habe eine andere Idee. Das ist mir vorher eingefallen. Wir haben doch hier drunter, das ist doch, das liegt auf dem Berg. Moment. Und wir können auch hier drunter alles weggraben. 1, 2, 3. Darf ich hier eben dann? Ja, da hätten wir Dreierplatz oben und unten hinten bei der Decke. Und dann könnte man sozusagen eine U-Bahn-Station machen. Dann wäre das nämlich so, dass eventuell sagen, 1, 2, das komme ich da nicht runter. Oh, das ist natürlich zu schnell. Dann sagen 1, 2, 3, 4. Die Tanks da wieder da reinführen, also hier in Swerd. Dann natürlich Extract. Und von unten die beladen können. Das wäre natürlich nice. Das heißt, man macht den nächsten hier dran, die nächste Zentrifuge an dieser Stelle. Macht dann hier wieder eine Pipe nach unten und das Ding auch hier hin. Sprich, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hätten dann die Option da hin. Da noch einen. Da wieder die Zentrifuge dran. Jetzt wollen wir die Steine nicht. Die können, ja, die weiß ich noch nicht, glaube ich, noch behalten. Und mal kurz umsetzen, dieser Schnurr-Tool-Quietsch. Und der dann damit arbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt die Dinger hier schon mal reinlege, habe ich die gefiltert, hätte noch kurz kein Strom. Was machen wir mit dem Weizen? Mit dem Weizen könnte ich die, die könnte ich verarbeiten. Das wäre zum Mehl, zum Heuballen. Zum Milker da dran. Zum Fertilizer. Mit Erde und Kompost. Brot, Kekse. Wir könnten Weizenmehl machen. Steine natürlich. Das ist nochmal ein Moment. So, wir könnten Plantballs machen. Wir könnten Bio-Schaff machen. Was kann man daraus machen? Das kann man Erde wiederherstellen, okay. So kann man da Erde rausmachen, die dann kombiniert mit dem Weizenböde Kompost ergeben. Da würden sich natürlich auch Möglichkeiten aufbieten dafür. Ja, da müssen wir noch gucken. Jetzt müssen wir noch schauen, ob ich noch einen dritten. Wir frei, den, und ich würde noch einen dritten hier hinbekommen. Eins, zwei, drei, vier, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier. Ja, da komme ich sogar noch einen vierten hin. Das heißt, ich habe, glaube ich, noch zwei von den Dingern habe ich irgendwo rumfliegen. Sonst muss ich die mal holen. Und dann könnten wir die umarbeiten. Das wäre Seed Oil, beziehungsweise Seed Oil kommt erneut hinten hin. Die Drops, du kommst mir dann wieder in andere Funktionen, wo die reingepumpt werden. Weil ich kann ja ein bisschen hier oben umbauen. Beziehungsweise in die Decke noch rein, dass das hier hinten reinkommt. Beziehungsweise noch ein extra hier hin. Und das ist ja noch nicht mal schlimm. Wir haben ja... Wir haben ja unten Keller. Das heißt, wir könnten... Wir könnten dann jetzt sogar die Bahn hier langziehen. In dem Ganzen. Aber nur bis... Bis hier hin. Das heißt, hier müsste ich dann... Das mache ich dann aber ausgeben. Tunnel wieder langziehen. Dann werde ich auch das andere untergraben. Denn hier ist ja... Genau hier ist ja wieder der Aufgang. Zu dem anderen Ding. Wo wir gleich hochgehen können. Ich will mal eben... Gucken, wie es denn aussieht. Das Ingo-Skelett... Aber das ist oben, glaube ich, gewesen. Ja, der füllt sich jetzt auch nach und nach. Ja, hier ist jetzt... Da ist... Fuel drin, genau. Hier ist komplett Öl drin, ne? Alles klar. Jetzt hätte ich... Jetzt gehe ich hier auch und mache da hinten wieder die Treppe zu. Bienwachs. Dann da hinten in den Deep Storage rein. Da hat man schon einiges, was dann wirklich sortiert werden kann. Und von der Bahn dann abgeholt werden könnte. Müssen wir jetzt... Wir brauchen noch mehr von den Deep Storages. Wenn ich dann schon sehe... Eins, zwei, drei, vier zum Lagern wieder. Die können wir ja schon mal vorprogrammieren. In der Hinsicht. Das heißt, wir machen... Gucken wir jetzt mal auf Deep Storage. Ja, machen wir da mal... Zwanzig Stück. Machen wir mal zwanzig Stück. Sollen wir mal craften. Wir brauchen noch... Wir brauchen Squeezer. Wir brauchen Zentrifugen. Wir brauchen definitiv auch noch. Also ich will für jede Beanbox, beziehungsweise für zwei Beanbox, eine haben. Je nach Compart. Sonst halt neun Stück insgesamt. Mit denen natürlich auch den ganzen Durchlauf hinbekommen. Ja, hier haben wir auch noch einen. Wir brauchen aber definitiv noch einen weiteren Squeezer. Da haben wir noch zwei Wörter. Das ist super. Da würde ich sagen, wir machen vielleicht noch einen Hamper. Dann wären das fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und da brauchen wir noch Zentrifugen. Eine Hamper. Drei stehen drüben. Zwei, drei, vier. Da brauchen wir auch noch sechs Stück. Schauen wir mal, ob wir noch... Die ersten vier Deep Storage sind fertig. Das ist super. Dann haben wir das auch fertig. Zumindest zum größten Teil. Okay, hier kommen wieder ein Lager hin. Da ist wieder einer verschwunden. Ich glaube, ich habe gleich einen Timeout. Oder auch nicht. Ah, jetzt glaube ich. Ich werde mal auf die drei konzentrieren. Und zwar Insert. 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 Und zwar mit der Eigenschaft... Harnikums hier. Filter. Bienenwachs. Und Filter. Die Dinger. Dann haben wir noch Öl. Mal gucken, wie wir das alles machen. Da können wir noch... Können wir noch zur Not verstecken, dahinter. Ah, da haben wir jetzt über zwei Stränge. Wir können... Das können wir von unten durchführen. Das wäre nicht das Problem. So, jetzt haben wir noch die Dinger. Insert. Und Filter. Da auch Insert Filter. So, jetzt habe ich natürlich keine Tanks mitgenommen. Extract. So, das werde ich vorbereiten. Den Tunnel unten und die... Zumindest, dass ich weiß, wo was sie hinkommen. Bisschen umarbeiten schon. Von den ganzen Bienen. Eventuell schon mal so einen Weg drumherum. Was wir nachher da haben. Spezifisch nachmachen. Werden wir auf jeden Fall so gestalten. Äh, Weizen. Muss ich natürlich auch zu schlagen. Oder wir machen hier was hin, wo das hin könnte. Aber wir könnten auch Weizen hier einlagern. Das wäre dann... In dem Fall erst mal hier. Zur Noten Signal. Insert. Weizen. So, dann mache ich das mal so. Da habe ich jetzt hier gesagt. Handycoms. Bienenwachs. Hier vorne die Stück. Dafür werde ich Frames holen. Das gleiche gilt für hier. Brauche ich nur reinfliegen. Gucken. Okay, die Coms sind eingespeichert. Brauche ich nicht alle durchgehen, um ja nicht alle mehr können. Weil manchmal erkennt man sie relativ schnell an den Farben. Okay, da haben wir schon drei, vier. Frame. Dann brauchen wir... Ja, wir brauchen ja nur sieben Stück. Und dann können wir sie bildlich darstellen. Und in den Raum will ich eigentlich nur noch rein, beziehungsweise reinfliegen. Und sonst gar nicht mehr. Da soll dann halt gehe ich zu werden. Beziehungsweise zum Reinfliegen nur noch. Ich höre hier schon eine Katze. Davon bin ich natürlich wie immer nicht begeistert. Natürlich Fritzen.